Richtig oder falsch? Was zeigt dieses Zeichen an? Es kündigt einen Schutzweg an. Es kündigt eine Radfahrerüberfahrt an. Es kündigt eine Fußgängerzone an. Es kündigt einen Schutzweg an. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Ich rechne mit einem Schutzweg. Ich achte besonders darauf, ob Fußgänger den Schutzweg überkehren wollen. Ich beobachte im Bereich des Schutzweges die Gehsteige besonders genau. Ich darf ab sofort nicht mehr halten oder parken. Ich rechne mit einem Schutzweg. Ich achte besonders darauf, ob Fußgänger den Schutzweg überkehren wollen. Ich beobachte im Bereich des Schutzweges die Gehsteige besonders genau. Was wird Ihnen hier angezeigt? Ein Umkehrgebot. Vorrang geben. Eine Kreuzung mit Kreisverkehr. Eine Kreuzung mit Straße ohne Vorrang. Eine Kreuzung mit Kreisverkehr. Sagt dieses Verkehrszeichen etwas über den Vorrang aus? Ja, ich habe Vorrang gegenüber dem Kreisverkehr. Nein. Nur, wenn der Kreisverkehr geregelt ist. Wartepflicht gegenüber dem Kreisverkehr. Nein. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen für Sie? Es weist auf eine Fahrbahnverengung hin. Es weist auf eine gefährliche Kurve hin. Ich habe mit Steinschlag zu rechnen. Ich muss mit einer unebenen Fahrbahn rechnen. Ich muss mit einer unebenen Fahrbahn rechnen. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie jetzt mit einer Geschwindigkeit von 90 km pro Stunde unterwegs sind? Ich fahre mit 90 km pro Stunde weiter, wenn die Fahrbahn trocken ist. Ich passe meine Fahrgeschwindigkeit der Situation an. Ich behalte meine Geschwindigkeit bei, weil nur kleine Unebenheiten folgen. Ich werde meine Geschwindigkeit erst dann reduzieren, wenn ich zu einer Geschwindigkeitsbeschränkung komme. Ich passe meine Fahrgeschwindigkeit der Situation an. Welche Gefahrenstelle wird angezeigt? Eine Kreuzung Eine Eisenbahnkreuzung Eine Kreuzung mit Kreisverkehr Eine Baustelle Was sagt dieses Verkehrszeichen über den Vorrang auf der angezeigten Kreuzung aus? Nichts Ich habe auf jeden Fall Rechtsvorrang Ich habe auf jeden Fall Vorrang Ich habe auf jeden Fall Wartepflicht Nichts Was wird hier angekündigt? Eine Eisenbahnkreuzung mit Schranken Eine Eisenbahnkreuzung ohne Schranken Eine Mautstelle Eine Verkehrskontrolle Eine Eisenbahnkreuzung mit Schranken Sie fahren im Freiland In welcher Entfernung müssen Sie mit der Eisenbahnkreuzung rechnen? 150 Meter bis 250 Meter 250 Meter bis 400 Meter 50 Meter 500 Meter 150 Meter bis 250 Meter 150 Meter bis 250 Meter Was wird hier angekündigt? Eine Eisenbahnkreuzung mit Schranken Eine Eisenbahnkreuzung ohne Schranken Eine Bahnunterführung Ein Bahnhof Eine Eisenbahnkreuzung mit Schranken Eine Eisenbahnkreuzung mit Schranken 150 Meter bis 250 Meter 250 Meter bis 400 Meter 50 Meter 50 Meter 50 Meter 500 Meter 50 Meter Was zeigt dieses Verkehrszeichen an? Dass sich nach links einbiegen muss 50 Meter bis 250 Meter Dass eine gefährliche Linkskurve kommt 50 Meter bis 250 Meter Dass eine Fahrbahnverengung kommt 50 Meter bis 250 Meter Es folgen mehrere gefährliche Kurven, die links beginnen 50 Meter bis 250 Meter Dass eine gefährliche Linkskurve kommt 50 Meter bis 250 Meter 50 Meter bis 250 Meter Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dieses Verkehrszeichen sehen? Ich gebe vor der Kurve optische Warnzeichen Ich werde vor der Kurve hupen, um den Gegenverkehr zu warnen Ich halte an und gebe dem Gegenverkehr den Vorrang Ich passe die Geschwindigkeit der Kurve an Ich passe die Geschwindigkeit der Kurve an Was zeigt dieses Verkehrszeichen an? Ich muss nach rechts einbiegen Es folgt eine gefährliche Rechtskurve Es folgt eine Fahrbahnverengung Es folgen mehrere gefährliche Kurven, die rechts beginnen Es folgt eine gefährliche Rechtskurve Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dieses Verkehrszeichen sehen? Ich schalte den rechten Blinker ein Ich halte an und gebe dem Gegenverkehr den Vorrang Ich werde vor der Kurve hupen, um den Gegenverkehr zu warnen Ich passe die Geschwindigkeit der Kurve an Ich passe die Geschwindigkeit der Kurve an Was zeigt dieses Verkehrszeichen an? Es folgt eine kurvenreiche Strecke Es folgt eine links beginnende Doppelkurve Ich muss links einbiegen Es folgt eine rechts beginnende Doppelkurve Es folgt eine links beginnende Doppelkurve Warum müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen Ihre Geschwindigkeit dem Verlauf der Kurven anpassen? Weil ich sonst den nachfolgenden Verkehr behindern würde Weil ich sonst den vor mir fahrenden Verkehr behindern könnte Weil ich sonst von der Fahrbahn abkommen könnte Weil ich sonst andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte Weil ich sonst andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte Was zeigt dieses Verkehrszeichen an? Es folgt eine kurvenreiche Strecke Es folgt eine rechts beginnende Doppelkurve Ich muss rechts einbiegen Es folgt eine links beginnende Doppelkurve Es folgt eine rechts beginnende Doppelkurve Warum müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen Ihre Geschwindigkeit dem Verlauf der Kurven anpassen? Weil ich sonst den nachfolgenden Verkehr behindern würde Weil ich sonst den vor mir fahrenden Verkehr behindern könnte Weil ich sonst von der Fahrbahn abkommen könnte Weil ich sonst andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte Weil ich sonst andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte Weil ich sonst andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte Untertitelung. BR 2018